Um den Fall voranzutreiben, erstattet die Anwältin Anzeige gegen den unbekannten Erpresser. Isabel hat in der Zwischenzeit Töchterchen Mia zu den Großeltern gebracht und wartet nun sehnsüchtig darauf, dass Carlo nach Hause kommt. Die 34-Jährige möchte ihrem Mann die ganze Situation noch einmal in Ruhe erklären. Carlo! Jetzt beruhig dich erstmal. Ich hab lange nachgedacht. Als Silke mir das Foto von dir und Roman im Bett gezeigt hat, war ich fix und fertig. Ich hab mich die ganze Zeit immer wieder gefragt, ob du mir sowas antun würdest. Aber ich glaub das einfach nicht. Das heißt, du glaubst mir jetzt so? Ich glaub dir. Und wenn ich das Schwein erwische, mach ich's fertig. Oh Carlo! Oh, ich liebe dich. Oh, ich bin so froh, wenn du wüsstest. Aber ich hab dir das Schlimmste noch gar nicht erzählt. Roman hat mich angezeigt. Wieso das denn? Na ja, Roman denkt, ich hab was mit der Erpressung zu tun. Weil Silke hat ja die Fotos zugespielt bekommen, obwohl er bezahlt hat. Und du hast es erst von Silke erfahren, obwohl ich nicht einen einzigen Cent bezahlt habe. Ja okay, aber das ist doch kein Grund. Erwartest du jemanden? Nee, eigentlich nicht. Warte. Hallo. Tag, Breuer mein Name. Sind Sie Frau Isabel Hansen? Ja, die bin ich. Ja, es geht um Herrn Funke. Und zwar möchten wir Sie dazu ganz gerne mal vernehmen. Und des Weiteren habe ich auch noch einen Durchsuchungsbeschluss für Ihre Wohnung hier. Die würden wir uns ganz gerne mal anlegen. Durchsuchungsbeschluss? Ja, gehen Sie vielleicht erst mal rein. Aber Durchsuchungsbeschluss? Ich habe doch gar nichts gemacht. Na, kommen Sie mal rein, dann kann ich Ihnen das erklären. Ach, schönen guten Tag, Hansen. Mein Mann. Oh ja, mein Name von der Polizei, wie Sie sehen. Tja, folgendes. Nach unserer Aussage bzw. nach der Vernehmung von Herrn Funke gelten Sie als Hauptverdächtige in dem Fall der Erpressung. Und zwar sind ja, so wie wir wissen und gehört haben, schon 15.000 Euro geflossen. Und die vermuten wir, und zwar nicht nur wir hier bei Ihnen, sondern auch der Richter. Deswegen haben wir hier nämlich auch einen Durchsuchungsbeschluss für Ihre Wohnung. Und deswegen fangen wir jetzt auch mal an. Darf ich den vielleicht mal sehen? Na, sicher. Aber das ist doch totaler Quatsch. Ich werde doch selber abholen. Isabel fühlt sich wie im falschen Film. Dass sogar die Polizei sie für die Erpresserin hält, macht die junge Mutter völlig fertig. Doch es kommt noch schlimmer. Denn das Drama nimmt gerade erst seinen Lauf. Chris, schaust mal bitte. Die war hier im Küchenschrank versteckt. Die sieht doch ähnlich genauso aus, wie die Tasche, die Herr Funke beschrieben hat bei der Geldübergabe. Was ist denn? Die tipp mal gleich ein hier. Aber ich habe die Tasche noch nie gesehen. Und Sie haben die Tasche natürlich auch noch nie gesehen. Was soll das denn heißen? Was will ich mit so einer Touristentasche? Also ich merke schon, wir kommen hier irgendwie zu keinem Ergebnis. Also ich würde vorstellen, wir fahren jetzt mal zum Revier und dort werden wir die Vernehmung fortsetzen. Du rufst bitte die Spurensicherung noch an, dass Sie weiterhin absuchen sollen. Und danach den Raum erstmal versiegeln. Ja? Kommen Sie bitte. Aber kann ich noch meine Anwältin bitte anrufen? Das müssen Sie alles auf dem Abschnitt machen. Jetzt kommen Sie bitte erstmal mit. Das klären wir dann dort. Das wird Sie schon hören. Aber Sie können doch auch vernünftig mit mir reden. Ich habe doch gar nichts gemacht. Nach einer durchzechten Nacht ist Isabel Hansen mit dem Verlobten ihrer Schwester Silke im Bett aufgewacht. Als Erpresserfotos auftauchen, befürchtet Anwältin Aileen Minner, dass ihre Mandantin mit K.O.-Tropfen betäubt wurde. Doch nun hat die Polizei bei Isabel die Tasche gefunden, in der Silkes Verlobter 15.000 Euro an den Erpresser übergeben hat. Oh Frau Minner, Gott sei Dank sind Sie endlich da. Hallo. Ich bin gedacht, Bräuer mein Name. Hallo Minner, mit der Vernehmung haben Sie ja sicherlich noch nicht begonnen. Äh, natürlich nicht, natürlich nicht. So, Frau Hansen, dann frage ich Sie das jetzt nochmal offiziell. Kennen Sie die Tasche oder warum hat die sich bei Ihnen im Haus befunden? Ich sage Ihnen das jetzt zum hundertsten Mal. Ich habe diese Tasche noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie die in unser Haus kommt und was das hier alles überhaupt soll. Ja gut, ich meine, nur weil Sie diese Tasche gefunden haben, die bei der Geldübergabe verwendet wurde, heißt das noch lange nicht, dass es sich hier nun um das Tat, ja, um die Tattasche handelt. Ich meine, das ist eine Standardtasche, sind wir ehrlich. Das heißt, eine Million Touristen in der ganzen Welt rennen mit dieser Tasche durch die Gegend. Ich meine, das ist doch alles nur rein spekulativ. Und Herr Bräuer, vergessen Sie bitte nicht, meine Mandantin ist hier das Opfer. Wir haben auch Strafanzeige gestellt. Ich meine, das müssten Sie eigentlich in den Unterlagen sehen. Das ist richtig, das beweist gar nichts, die Tasche. Allerdings, Ihre Mandantin kann sich das Erpresserschreiben auch selber geschickt haben, nur um von sich abzulenken, oder? Warum sollte ich denn den Herrn Funke erpressen? Das ergibt doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Das kann ich Ihnen sagen, warum. Und zwar wegen dem Geld. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, Ihren finanziellen Backgrounds zu durchleuchten. Und ganz ehrlich gesagt, Sie und Ihr Mann haben erhebliche Geldprobleme. Weiterhin haben wir seit mindestens drei Monaten festgestellt, dass Sie Ihren Ratenkredit fürs Haus nicht mehr bedienen konnten. Davon weiß ich aber nichts. Davon weiß ich nichts. Davon weiß ich wirklich nichts. Mein Mann macht bei uns aber alles finanzielle. Nee, ich weiß davon nichts. Ja? Ja, wir haben keine Geldprobleme. Also bei mir sieht es anders aus in den Unterlagen. Das würde ich mir ganz gerne mal angucken wollen, Herr Preuer. Aber natürlich, Frau Minner, das können Sie gerne sich mal hier anschauen. Aber nur, ich würde es ganz gerne hier behalten, dass es dann irgendwann weg ist. Aber eins vorneweg noch. Ich meine, selbst wenn meine Mandantin und Ihr Ehemann derzeit finanzielle Probleme hätten, besagt das auch noch nichts. Das ist auch wieder alles nur rein spekulativ. Das heißt noch lange nicht, dass Ihr Ehemann hier der Erpresser ist. Das ist richtig. Es ist nur ein gutes Motiv. Da gebe ich Ihnen recht. Aber was halten Sie denn davon? Kennen Sie dieses Foto? Ja, das kennen wir. Das ist das Erpresser-Foto. Genau. Und diese Hand hier oben mit dem Siegelring von Herrn Hansen. Ich habe es auch noch mal vergrößern lassen, damit Sie sich das auch noch mal genau ansehen können. Sieht der Ring so aus, wie der Ring, den Ihr Mann auch trägt? Ja, der sieht schon so aus, wie der von meinem Mann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Mann mir sowas antut. Das ist doch Quatsch. Wissen Sie, was ich glaube, Frau Hansen? Sie haben sich das alles mit Ihrem Mann zusammen ausgedacht. Sie haben Herrn Funke betäubt mit K.O.-Tropfen, haben ihn zusammen mit Ihrem Mann hochgesteppt ins Zimmer. Und dann hat Ihr Mann die Erpresser-Fotos gemacht. War es nicht so? Völliger Quatsch. Herr Breuer, ich denke auch, jetzt geht einfach Ihre Fantasie mit Ihnen durch. Das glaube ich ja wohl nicht. Ich meine, auch der Ring, wir können glaube ich jetzt auch gehen, der Ring besagt nichts. Sie haben letztendlich nichts gegen meine Mandantin in der Hand. Es sind alles nur bloße Behauptungen und insofern denke ich, wir gehen jetzt auch einfach. Sie können gehen, aber ich sage Ihnen gleich, wird sich der Verdacht erhärten gegen Ihre Mandantin? Dann werden Sie hier nicht mehr so einfach ausmarschieren können. Ja, dann sehen wir uns einfach dann noch ein zweites Mal. Danke, da freue ich mich. Tschüss und schönen Tag noch. Tschüss, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich wollte Frau Hansen jetzt auch bei dem Gespräch mit dem Herrn Breuer nicht weiter verunsichern, aber ich muss Ihnen insoweit recht geben, dass derzeit wirklich viele Fakten dafür sprechen, dass der Ehemann meiner Mandantin hier als Täter in Betracht kommen könnte. Ich meine, wir haben die gefundene Tasche im Haus, dann haben wir natürlich die finanzielle Situation und auch noch den sehr, sehr auffälligen Siegelring auf dem Erpresser-Foto. Ich hoffe einfach, dass Carlo uns hier für all diese Dinge eine nachvollziehbare Erklärung geben kann. Auch Isabel hofft inständig, dass sich die Indizien gegen ihren Mann als falsch herausstellen und es für alles eine harmlose Erklärung gibt. Carlo, sag mal, wir haben Schulden. Haben Sie dir das auch erzählt? Ja, das haben Sie mir sehr wohl erzählt. Na, sag mal, was ist denn da los? Naja, ich habe investiert, 50.000 und damit unsere gesamten Ersparnisse in den Sand gesetzt. Alles ist weg? Was ist mit unserem Haus? Das verlieren wir jetzt auch. Drei Raten sind nicht bezahlt. Ich habe es für uns getan. Das Geld sollte sich vervielfachen und eigentlich wollte ich unsere ganzen Schulden damit ablösen. Vervielfachen? Wer glaubt denn an sowas bitte auch noch? Das bekomme ich schon hin. Ich habe auch Silke gefragt, ob sie mir vielleicht das Geld leihen könnte. Mit Silke redest du über sowas? Und was ist mit mir? Na, sag mal. Fakt ist, wir können es auf jeden Fall vergessen. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz unterbrechen. Erstmal möchte ich mich vorstellen, Eileen Binder, ich bin die Rechtsanwältin Ihrer Frau. Ach, Sie sind das. Herr Hansen, die Polizei hat uns um gerade ein Erpresserfoto gezeigt. Auf diesem Erpresserfoto kann man einen Siegelring erkennen. Dieser Ring, der sieht haargenau aus wie der Ring, den Sie tragen. Ja, das haben Sie mir auch gezeigt. Aber ich bin das nicht. Ja, aber wie soll denn, wie soll denn dieser Ring auf das Foto kommen, wenn Sie an dem Wochenende auch überhaupt gar nicht in dem Hotel gewesen sind? Nein, das war ich auch nicht. Und ich würde auch nie Mia alleine zu Hause lassen. Also das glaube ich Ihnen wirklich. Also Mia ist sein größter Schatz und die würde er wirklich nicht alleine lassen. Ich meine, ich glaube, ja, dass man erst unterstellt, dass es jetzt so richtig ist. Ähm, Herr Hansen, ich muss Ihnen wirklich ganz, ganz dringend raten, dass Sie sich einen Strafverteidiger suchen. Okay, im Ernst? Und können Sie uns nicht gemeinsam verteidigen? Nee, in Strafsachen geht das leider nicht. Also ich kann immer nur einen Beschuldigten vertreten. Was ich aber machen kann, ich kann sie an einen wirklich sehr kompetenten Kollegen vermitteln. Und der hilft uns dann einfach weiter. Und ich kann mich vor allem dann mit ihm auch kurz schließen. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass nicht nur meine Mandantin, sondern auch ihr Ehemann reingelegt werden soll. Irgendjemand spielt mit den beiden ein falsches Spiel. Und ich muss unbedingt herausfinden, wer dahinter steckt. Drei Tage später. Dank Rechtsanwältin Aileen Minner wird Isabels Ehemann Carlo ab sofort von Anwältin Linda Janssen vertreten. Um den wahren Täter schnellstmöglich zu überführen, haben die Juristinnen beschlossen, alle weiteren Schritte gemeinsam zu planen. So, ich habe jetzt hier die Fotos mit ihrem Ring. Ich habe die nochmal vergrößern lassen. Vielleicht fällt Ihnen ja noch was auf. Schauen Sie sich die mal bitte an. Ja klar, das ist mein Ring. Den habe ich ja extra anfertigen lassen. Ist eine Sonderanfertigung. Ja. Ja, aber gucke mal. Hier auf dem Foto ist ein Stein noch drauf. Den hast du aber schon vor Wochen verloren. Stimmt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn reparieren zu lassen. Okay, das ist aber interessant. Das bedeutet, dass der Erpresser das von ganz langer Hand geplant haben muss. Und jetzt ist ihm einfach entgangen, dass da mittlerweile ein Stein ausgefallen ist. Das heißt aber auch, dass der Täter Sie kannte, weil er kennt ja Ihren Ring. Und er hat diesen Ring, ja sage ich jetzt mal, ganz beabsichtigt so auf dem Foto platziert, dass man einfach Sie verdächtigt. Ich meine, irgendjemand möchte Sie beide reinlegen. Wer kann denn das sein? Überlegen Sie nochmal. Puh, ich habe echt gar keine Ahnung. Ich auch nicht. Keinen blassen Schimmer. Wollen Sie vielleicht ein Wasser? Ja, gerne. Aber ich meine, dann lassen Sie uns doch, ja, nochmal ganz von vorne anfangen. Ja, ich meine, der Erpresser, der wusste, dass Sie beide an diesem Abend im Hotel waren. Dann hatte er auch Kenntnis von dem Ring. Und, ja, er konnte auch die Tasche der Geldübergabe hier im Haus platzieren. Also ganz ehrlich, mir fallen da wirklich nur noch zwei Leute ein. Der Herr Punke und die Frau Meier. Das ist es. Das ist es. Der Roman, als der hier war und mich doch so angeschnauzt hat, da bin ich doch nach der Mia gucken gegangen. Und dann kam der plötzlich aus der Küche geschossen. Das könnte natürlich sein. Das würde Sinn ergeben. Oder Silke. Die war alleine im Haus, als du mir hinterhergerannt bist. Das könnte auch passen. Lass doch mal Silke bitte da raus. Ja gut, aber ich meine, Sie haben ja nun wirklich beide, also den Herrn Funke und auch die Frau Meier, mal unbeaufsichtig hier im Haus gelassen. Das heißt, die Möglichkeit besteht. Die liebt den Roman. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja gut, das stimmt. Roman ist schon eher ein Kandidat. Weil der hat wahrscheinlich kalte Füße einfach bekommen von der Hochzeit und deswegen auch diese Nummer mit dem Schadensersatz. Ja gut, ich meine, das ist eine Theorie und klar, so könnte er natürlich versuchen, die Kosten seiner Verlobung im Wege des Schadensersatzes zurückzufordern. Aber ich meine, die Frau Meier sollten wir auf gar keinen Fall hier außer Acht lassen. In dem Zusammenhang würde ich auch ganz gerne von Ihnen nochmal die Adresse von dem Juwelier haben, bei dem Sie Ihren Ring in Auftrag gegeben haben. Und ich würde mich ganz gerne mal mit dem in Verbindung setzen, vielleicht, ja. Ja klar, ich würde Ihnen mal ein Duplikat angefertigt. Auch wenn Isi das vielleicht nicht wahrhaben will, ich würde Silke alles zutrauen. Die hatte so einen Hass auf uns. Wer weiß, was die sich alles in ihrem Hirn so zusammengesponnen hat. Um die verdächtigen Personen noch weiter einzugrenzen, will Rechtsanwältin Aileen Minner noch am selben Tag mit dem Juwelier sprechen, der Carlos' Ring angefertigt hat. Vielleicht hat die Juristin ja Glück und das Duplikat wurde tatsächlich hier in Auftrag gegeben. Einen schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Hallo, und zwar, ich bin auf der Suche nach einer Antwort und ich hoffe, Sie können mir dabei hilflich sein. Und zwar habe ich Ihnen Erfahrung gebracht, dass Sie diesen wunderschönen Ring angefertigt haben. Ja, ich kann mich entsinnen, ein wirklich wunderbares Stück. Und zwar bin ich gerade dabei, in Erfahrung zu bringen, ob dieser Ring eventuell mit einer Straftat im Zusammenhang steht. Und ich würde einfach ganz gerne wissen wollen, ob Sie diesen Ring vielleicht eventuell ein zweites Mal angefertigt haben. Weil es handelt sich ja eigentlich um ein Einzelstück. Ja, also normalerweise gehe ich mit meinen Kundendaten ja vertrauenswürdig um, aber bei Ihren schönen Augen kann ich eigentlich nicht widerstehen. Ich habe ein Duplikat vor etwa zwei, drei Wochen angefertigt. Wenn Sie mir jetzt noch einen ganz großen Gefallen tun könnten, würde ich ganz gerne wissen, wo Sie den Ring hingeschickt haben. Oh, ich habe so viele Aufträge, da müsste ich mal kurz am Computer gucken. Oh ja, hier habe ich es vor genau zwei Wochen zum Hotel Funke ging, der Ring nach Zahlungseingang. Ja, also was soll ich sagen? Sie haben mir wirklich wahnsinnig geholfen. Sehr gerne. Dankeschön. Einen schönen Tag Ihnen doch. Tschüss. Tschüss. Also der redefreudige Jubiläer hat uns jetzt ein ganzes Stückchen weitergebracht. So langsam kommt Licht ins Dunkle. Ich habe es mir schon fast gedacht, aber der Erpresser scheint tatsächlich aus dem Umfeld des Hotels zu stammen. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt nochmal den Hotelbesitzer vorknöpfen und mit dem Herrn Funke ein Wörtchen reden. Am anderen Ende der Stadt ist Ainin Minners Mandantin auf dem Weg zu ihrer Schwester. Isabel kann einfach nicht glauben, dass Silke etwas mit der Erpressung zu tun hat und will sich mit ihr versöhnen. Seit dem angeblichen Seitensprung mit Roman herrscht zwischen den Frauen Funkstille. Silke, du bist es? Silke, ich möchte mit dir reden. Bitte, Silke. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Ich dir aber, Silke, hör jetzt auf. Ich bin hier, um dir alles zu erklären. Was machst du? Jetzt ziehst du um. Ja, ich ziehe um. Ich halte keine Sekunde mehr in dieser Stadt aus. Erst nimmst du mir Carlo weg vor vier Jahren und jetzt zerstörst du meine Verlobung mit Roman. Und nur, weil du mir kein bisschen Glück gönnst. Silke, das ist doch völliger Quatsch. Also mit Carlo muss jetzt wirklich ein für alle Mal gut sein. Und das mit Roman, deswegen bin ich doch hier, um das zu klären. Nee, nee, das versuchst du mir schon die ganze Zeit zu erklären. Ich habe Carlo zuerst kennengelernt und du hast ihn mir weggenommen. Aber Silke, das ist doch völliger Quatsch. Wir warten niemals zusammen. Und wegen Roman, meiner Anwältin, hat er was rausgefunden. Also er ist der Einzige, der hinter dieser ganzen Nummer stecken kann. Und er hat es wahrscheinlich selbst inszeniert. Ich glaube es nicht. Echt? Du bist an dem Ganzen schuld. Jetzt schieb doch Roman nicht alles in die Schuhe. Ach, nur hör doch auf, Silke. So ein Quatsch. Warum soll ich dir denn sowas antun? Ich war so froh, dass wir uns vertragen haben. Bitte, Silke. Komm, hör auf mit den Lügen. Silke. Er hat eine Worte gegen Aileen Minners Mandantin. Isabel Hansen soll ihren Mann mit dem Verlobten ihrer Schwester betrogen und ihn dann erpresst haben. 15.000 Euro hat Roman bezahlt, damit Silke nichts erfährt. Doch sie weiß alles und hat ihn verlassen. Nun hält der Hotelbesitzer Isabel für die Erpresserin. Während die 34-Jährige wiederum ihn verdächtigt. Die Anwältin muss Licht ins Dunkel bringen. Stopp, stopp. Entschuldigen Sie, aber Herr Funke ist gerade beschäftigt. Das ist mir völlig egal. Herr Funke? Du Mist, ja, wie konntest du mir das antun? Fassen, dass du dich ersehen lässt. Dein Lügen kann Silke mich verlassen. Komm, raus hier. Das hättest du wohl gern, damit du mit deiner Betrugsnummer hier durchkommst, oder wie? Herr Funke, wir wissen Bescheid. Wir haben sie durchschaut. Wir wissen, dass sie einen Ring in Auftrag gegeben haben. Und zwar den Ring, den auch ihr Ehemann trägt. Sie kennen diesen Ring. Ja, und als sie diesen Ring dann in den Händen gehalten haben, dann haben sie einen Komplizen beauftragt. Und der, der hat in der besagten Nacht dann die Fotos von Ihnen beiden gemacht. Das wäre ein Unsinn. Das höre ich alles zum allerersten Mal. Na klar, und die Tasche von der Geldübergabe hast du auch bei uns zu Hause versteckt. Also das reicht jetzt wirklich. Komm, raus hier. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Herr Funke, dann erklären Sie mir bitte, wenn Sie mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, warum dieses Paket mit dem Ring hier bei Ihnen im Hotel angekommen ist. Davon weiß ich gar nichts. Ich kann Ihnen das alles nachweisen. Ja, also ich meine, wie läuft es denn normalerweise, wenn die Pakete bei Ihnen hier im Hotel ankommen? Gibt es hier irgendwie eine Art Aufzeichnungspflicht? Selbstverständlich. Wir quittieren jede Sendung mit Empfänger und Adressaten. Kommen Sie bitte mit. Frau Hoff, die Posteigangsliste bitte. Auf den Erpresserfotos war ein Ring zu sehen, der den wahren Täter überführt. Ein Ring, der laut Juwelier an Romans Hotel geschickt wurde. Doch wer hat das Päckchen in Empfang genommen? Tatsächlich. Juwelier Berger. Klinser. Für Lars Pausen. Ach nee. Aber Lars Pausen ist doch auch Ihr Mitarbeiter, der am Tag der Verlobungsfeier hier gekennert hat. Genau. Ich verstehe jetzt langsam gar nichts mehr. Doch, aber ich denke, ich verstehe dann langsam einiges. Herr Funke, den Herrn Pausen müsste ich wirklich mal ganz dringend sprechen. Ja, der müsste im Mitarbeiterbereich sein. Ja. Sollen Sie mal bitte. Pausen. Ja? Sie haben vor zwei Wochen ein Päckchen angenommen, in dem sich ein Ring befand, den Sie in Auftrag gegeben haben. Möchten Sie uns sagen, dass Sie damit vorhatten? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Was für ein Ring? Herr Pausen, wir wissen, dass Sie hinter der Erpressung stecken. Das ist ein Quatsch. Warum sollte ich das tun? Weil Sie mein Geld wollen. Ja, aber ich meine, vielleicht geht es gar nicht nur ums Geld. Ich meine, wir schauen einfach mal im Spind nach. Ja, ich meine, Sie haben ja auch erwähnt, Sie sind mit der Frau Silke Meier gut befreundet. Was hat denn Silke jetzt wieder damit zu tun? Na, ganz einfach. Jetzt überlegen Sie doch mal. Ich meine, Silke wäre nicht nur die Einzige gewesen, die auch wirklich die Chance hatte, die Tasche bei Ihnen im Haus zu verstecken, sondern sie hätte auch gewusst, wo man den Ring in Auftrag geben kann. Was lassen Sie Silke da raus? Ja, warum regen Sie sich denn so auf, weil ich den Namen Silke Meier erwähne? Waren Sie vielleicht doch mehr als nur gute Freunde? So einen Scheiß brauche ich mir nicht anhören. Doch, jetzt warten Sie einfach mal einen Moment, Herr Pausen. Das wissen Sie sich schon. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie nicht wissen, aber die Frau Meier, die verlässt gerade die Stadt. Das stimmt. Zeit. Ja. Und ich meine... Was ist das hier? Die haben wir ja auch die K.O. tropfen jetzt. Herr Pausen, ich weiß, dass Sie gemeinsam mit der Frau Meier die Erpressung geplant haben. Sie stecken hinter der ganzen Sache. Und nun hat Frau Meier einfach einen anderen Plan und hält sich nicht mehr daran. Also, ich meine, spucken Sie es jetzt einfach aus. Wir wollten doch zusammen ein neues Leben anfangen. Das war alles Silkes Idee. Wir hatten was zusammen und sie hat den Chef auch gar nicht geliebt. Dann wollten wir die Kohle. Das war auch ihre Idee mit der Erpressung. Und sie wollte auch ihre Schwester ins Auswischen. Also, ich meine, wir sollten jetzt die Frau Meier wirklich schnellstmöglich vom Busbahnhof abfangen und die Polizei alarmieren. Also, es geht alles, alles nicht. Und ich Sie, Herr Pausen, Sie müssen sich auf ein Strafverfahren einstellen. Jetzt muss alles schnell gehen. Denn Isabels Schwester Silke Meier plant, sich mit den Erpressten 15.000 Euro ins Ausland abzusetzen. Rechtsanwältin Aileen Minner, ihre Mandantin Isabel und Hotelier Roman erreichen rechtzeitig den Busbahnhof, um Silke aufzuhalten. Auch die Polizei ist bereits alarmiert. Und Silke, das geschieht ja auch ganz recht. Und du nennst mich Miststück? Du steckst doch nicht wirklich dahinter, oder? Das geht ja die ganze Zeit, wo willst du gehen? Frau Meier, jetzt mal nicht ganz so schnell. Was ist in der Tasche? Ist da vielleicht das Geld drin? Dann hätte ich ganz gerne meinen Ausweis gesehen. Lass mich in Ruhe. Sie sollten mal bitte den Ausweis zeigen. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass Sie mal in die Tasche schauen oder in den Koffer, ob da eventuell das Geld drin ist. Ich gehe davon aus. Ihre Tasche los. Danke sehr. So, hören wir mal schauen, ob wir hier finden. Was haben wir denn da? Du steckst doch nicht wirklich dahinter, Silke. Das hätte ich hier niemals zugetraut. Warum machst du denn so was? Du hast so ein schönes Leben. Du wolltest jetzt heiraten und alles. Frau Silke, lass uns sehen. Ich freue mich jetzt. Du bist so ein Dummi echt. Ich habe das alles nur wegen dir gemacht. Ja, und die Hochzeit, die war auch nur getörbt. Ich habe hier noch richtig Glück gehabt. Du bist so ein Idiot. Wer will denn so einen Anzugsschluffi wie dich zum Mann nehmen? Pass auf, was du sagst. Betrügerin. Frau Meier? Ist ja widerlich. Frau Meier, ist ja Lars. Was ist denn mit Lars? Haben Sie den auch nur ausgenutzt? Lars, der war so ein Hampelmann. Der hat alles gemacht, was ich wollte. Das war nur wegen dir, weil du alles gekriegt hast in der Kindheit. Das ist doch völliger Quatsch. Was habe ich denn bekommen? Ich verstehe das nicht. Du hast mir alles weggenommen. Ja? Du hast mir meine Kindheit zerstört. Du hast mir alles weggenommen. Mein Mann. Mann, du blöde Mann. So, ich glaube, das reicht jetzt hier. Aber das stimmt doch gar nicht. Ich hatte ja schon die ganze Zeit das Gefühl, dass Frau Meier hinter dem Ganzen steckt. Aber leider konnte ich ihr das die ganze Zeit nicht beweisen. Aber jetzt, anhand der neuen Entwicklungen, müssen sich natürlich Frau Meier und auch Herr Pauzen darauf einstellen, dass sie eine Anklage bekommen wegen gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung und natürlich auch Erpressung. Und meine Mandantin und auch ihr Ehemann werden natürlich frei gesprochen und die Ermittlungsverfahren werden eingestellt. Vier Wochen später ist Aileen Minners Mandantin wieder im normalen Alltag angekommen. Ein schönes Gefühl. Schließlich gibt es für die 34-Jährige und ihren Ehemann Carlo nichts Wichtigeres als ihre kleine Familie. Und endlich haben sie wieder genug Zeit für Töchterchen Mia. Von ihrer Schwester Silke, die inzwischen eine Therapie macht, hat Isabelle seit der Verhaftung nichts mehr gehört. Bis heute. Ja? Da ist ein Brief für dich. Von Silke. Okay. Warte mal. Ja, komm, Mia. Was ist denn los? Hm? Da bin ich noch mal gespannt, was sie schreibt. Sie schreibt, dass sie sich ganz schön in der Sache verrannt hatte und dass sie sich halt entschuldigen möchte bei uns und dass wir ihr bitte verzeihen sollen. Und willst du ihr verzeihen? Du, ich bin mir nicht sicher. Ich finde es ganz schön übel, was sie uns da angetan hat. Also so einfach ist die Nummer nicht gewesen. Was sagst du denn dazu? Na ja, Silke ist deine Schwester. Auf der einen Seite bin ich echt stinksauer, so wie Mia auch. Auf der anderen Seite wissen wir jetzt, dass sie krank ist. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ganz ehrlich, das war zu hart, was sie uns angetan hat. Vielleicht mit der Zeit, Schritt für Schritt, aber einfach so verzeihen? Nee, ich glaube nicht. Ich denke auch. Hauptsache, sie kann uns nicht mehr schaden jetzt. Ja, aber uns kriegt so schnell nichts auseinander. War meine kleine Maus. Ich bin ja froh, dass Silke sich Hilfe gesucht hat und dass sie begriffen hat, was sie uns eigentlich angetan hat. Aber ihr einfach so verzeihen? Es braucht ein bisschen Zeit. Ob es jemals ein Happy End für die ungleichen Schwestern geben wird, steht in den Sternen. Sicher ist nur, dass Silke Meier ihre gerechte Strafe bekommt. Die rachsüchtige Berlinerin und ihr Komplize Lars Paulsen wurden wegen gemeinschaftlicher Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu jeweils 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017